Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute ist Mittwoch und heute ist der Tag der Tage für Familie Magic. Denn heute sage ich euch, welches Haus gewonnen hat. Vorerst möchte ich aber sagen, wir werden nicht für immer in diesem Haus wohnen. Wir werden auch noch in das andere Haus ziehen. Und gewonnen hat... Das moderne Wohnhaus. Es war am Ende ein ganz knappes Rennen. Es gab eine Stimme mehr für das moderne Wohnhaus. Also es war wirklich ganz, ganz knapp. Und deswegen werden wir, wie schon gesagt, auch wieder in die Luxusvilla ziehen. Aber jetzt für den Sommer eignet sich halt das moderne Wohnhaus mehr. Und deswegen bleiben wir jetzt hier erstmal wohnen. Aber wir werden sicherlich auch wieder in die Luxusvilla ziehen. Also, tschüss!